Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play ARX Survival of the Fittest und der hier rumkriecht dann ist natürlich der Chris. Hallo Chris. Moin. Was brauchst du da? Hast du was verloren? Ich wollte dich mal von unten sehen. Frechheit. Ja wir haben uns ein bisschen entfernt dahingestellt von den ganzen pfeifenden Pfeifenköpfen. Ja mal gucken. Letzte Runde lief ja schön. Ob es diesmal genauso wird. Gleicher Plan. Gleicher Plan. Ja an und für sich die Ecke ist ziemlich gut. Mal gucken was geht. Genau zum letzten Match, den wir dazwischen Lust hatten als Gegner. Der war auf Platz 20 in der 2er League, also schon gar nicht so schlecht. Ja da würden wir ja auch gerne hinkommen, aber da müssen wir öfter spielen. Da kannst du ein bisschen üben. Was haben wir dann? Könnten wir es schaffen. Ja. Ja. Ah, ich hatte keinen Bock drauf. Schön. Okay. Okay dann los geht. Bitte wenn du schon vor mir startest. Ich halte Vorsprung. Boah. Oh. Oh. Das hat was Weiß aus, wa? Natürlich hab ich Weiß aus. Ja ich nicht. Mein Fehler. Toll. Ich hab Steine aufgesammelt. Braucht man natürlich. Ja Stein ist wichtig. Schild. Trinkflasche Zwille. So ich bin weg. Ich komm zu dir. Ich hab zwar eine Zwille, aber ich komm zu dir. Guck mal links von dir sind welche. Seh dich nicht. Ah da. Komm. Komm komm komm. Ich spring hier in der Ecke runter. Ich dropp dir gleich eine Spitzhacke. Ja? Jo. Direkt da wo wir unten sind. Äh. Wir wollen runter gehen. Ja runter. Äh. Quatsch. Ähm. Idiot. Du musst auch runterspringen. So. Drop. Dann müsste hier liegen. Hier liegt sie. Hast du sie? Jupp. Habe. Hier zum Baum. Baum. Hickeyhacki. Hickeyhacki. Leveln. Bum blum 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 blum. Kann ich schon Speer basteln? Speer kann ich basteln. Okay. Patch. Habe ich. Bisschen hacken. Du liegst da im Gebüsch. Sehr schön. Dann grab ich gleich mal weg während du da liegst. Da ist er. Nehmt ihn. Guck mal bisschen hacken. Ich brauche noch ein Level. Okay. Da fällt ein Baum irgendwo. Was für das? Sag. Haben wir. Wir haben. Ja. Das war ich. Ich kann Bogen bauen. Hab den Bogen. Okay. Sieht gut aus. Bogen habe ich. Ich bin noch nicht Level 10. Was für du so lange da im Busch rumliegst. Habe ich beim Craften gemacht. So. Okay. Bei mir sieht ganz gut aus. Bang. Bang. Bogen. Crafted. Pfeile. Craften. Sollen wir gehen? Warte. Ich bin gleich fertig mit Craften. Komm. Lass mal langsam runter. Und. Go. Alles klar. So. Hopp. Hier noch einen mit auf dem Weg. So. Hopp. Zack. Da läuft ein Triki. Ja. Das gleich nehmen. Ja. Ja. Das nehmen wir gleich. Dieben wir in die Bäume rein. So. Okay. Pass auf Stilo und Thilo hinter dir. Ich habe den schon angewöhnt. What? Mit einem Schuss? Ja. Kopfschuss. Ich habe ja auch von hinten im Arsch geschossen. Oh. Aua. Hilfe. 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 Schuss. Du siehst. Das ist die Todesmeldung. Ich gucke immer mal. Ich versuche immer bis die oben kommt. Aber die kommen wir jetzt links. Scheiße. Oh man. Okay. Da lacht euch. Oh man. So als allererstes Fallschirm bauen bitte. Und dann Klamotten. 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 Mütze zu bauen, glaube ich. Boah, fetsch. Guck raus, ist auch sehr schlau. So, nochmal Level, Level, Level. So, Klamotten. Okay, Klamotten. Nee, ich kann immer noch keine bauen. Oberteil. Keine Mütze. Ah, aber Oberteil schon mal. Ja, Oberteil habe ich. Okay, bin ready. Scheiss, Spitzhacke da mal weg. Pfeile hin. Pfeile, zack, zack. Ich bin ja, die Zwille kann ich weghauen jetzt. Jaja, kannst die weghauen. Nebel. Ihr könnt immer noch nix bauen. Wo bist du? Seh' dich nicht. Ich steh' doch da, wo wir grad waren. Ach da, da hinten. Ja, wir müssen langsam ein bisschen irgendwas hacken. Das kriegen wir nie sowas. Ja, komm halt mal mit. Einfach hacken. Hacken, hacken, hacken. Damit wir... Verdammt. Okay. Level. Warte, ich guck jetzt mal, ob es reicht. Äh, blöp, blöp. Klamotten. Reicht immer nicht. Verdammt ey. Wir haben hier sowieso zu wenig. Ein Level brauchst du noch. Naja, komm, dann gehen wir einfach weiter runter. Und sehen zu, dass wir rüberkommen. Bist du dabei? Ja, ja, ich bin hinter dir. Hier ist noch ein Trike. Nebel, da könnten wir platt machen. Dann müsstet es reichen an Zeug. Und noch ein paar. Warte, Level 2. Kriegen wir wohl. Naja, egal. Boah. Okay, tot. Prime. So. Okay, jetzt. Level up. Blub, blub. Denker Fortitude. Oh. Klamotten. Äh. Ich kann den immer noch nicht bauen. Doch. Warum nicht? Also ich kann jetzt. Jetzt kann ich auch. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz, oder? Das zieht ja von alleine an. So, zack. Im Parasuit runter. Zack. Einmal abzapfen. Einbauen. Weg. Raus. Das hört sich falsch an. Zack. Okay. So, gehen wir dann mal. Ja, von mir ist gekommen. Wir müssen dann so rüber. Bin hinter dir. Sammeln, sammeln. Sammeln, sammeln. Ja, ich sammle auch. Weiß ich. Ne, warte noch ein bisschen. Warte mal ganz kurz. Ich baue noch schnell das Ding hier. Ähm, wie heißt das? Ähm, verdammt. Ne, wie viel Zeug. Okay. Dann, äh, können wir los. Warte. Abwerfen, abwerfen. 100 Steine. Ach, nachher brauchen wir die da drüben wieder. Ja, okay. Warte. Ich geh mal einen Meter hier. Hier kriegst du was. Ich schmeiß dorthin. Kannste gebrauchen. Zack. Hast du? Jupp. Okay. Na dann. Anlauf. Jupp. Spino. Da ist ein Spino. Wo wir hin flattern. Können wir von oben schon abschießen. Können wir in die Luft schon beschießen. Ja. Äh, Bogen reparieren. Zack, zack. Hab ich. Warte mal den Drift von hier aus. Naja, noch nicht. Noch nicht. Ah, lass den ruhig mal. Echt? Ich hab schon getroffen. Ja, okay. Wenn du dann getroffen hast. Ist gut. Denk mir gleich. Okay, boah, ich bin extrem hoch. Wie kann man den Fallschirm ausmachen? Weißt du das? Flirtaste. Sehr schön. Sehr gut. Der beißt halt da noch rum. Frage ist. Wie lange überleben wir. Da müssen wir gleich hin. Jetzt kommt er. Sehr gut. Ich gehe zum Para. Zum Parafrist. Jo, ich schieße. Ja, liegt, liegt. Ich hab sogar. Ist das noch halbbar? Perfekt. Bitte, bitte, bitte. Ich hab noch ein Brian. Na ja, doch nicht. Ich hab noch zwei. Meins wären es auch gerade alle. Mist. Okay. Naja, lass uns erstmal liegen. Ich kann ja schon mal ein paar Narkoberries reinhauen. Ah, einen hab ich. Ein paar Narkoberries. Ja, okay. Dann müssen wir sammeln. Ah, nicht. Ich hab Narkotik. Hast du Narkotik? Sehr schön. Sechs. Liegt drin. Ähm. Ich suche nach einem Trike. Zum. Trike oder sowas. Hier ist kein verkackter Trike. Er hat wahrscheinlich schon alles gefressen. Oh, oh, oh. Hier ist äh Hitze. Verdammt. Ich muss Wasser saufen. Echt? Hier ist mega brüllend heiß. Jetzt ist nicht mehr heiß. Toll. Hier ist ein Stego. Das ist ein Stego. Sehr schön. Ja. Stego holen. Komm. Ich schieße. Feuer. Ich auch. Ich schieße. Oh, Vorsicht wenn er dich hittet. Naja. Ein bisschen. So, jetzt ist die Ticke. Ich schieße. Nee, ich schieße. Ich schieße. Echt? Ja, ich schieße. Zwei, fünf, acht. Ich hab zehn Prime. Ah, ich hab drei. Krass. Voll vergessen. Also jetzt wo du's gesagt hast, warst du wieder im Kopf. Aber vorher. Ja. Oha, ich hab gebissen. Was ist das für eine Scheiße? Von was wär ich schon gebissen? Noch ein, noch ein. Ach so. Verdammt. Okay. Ich muss mal grad bisschen laufen. Jo, mach. Schieße. Kannst du mir ballern? Ja, okay. Ich lauf ein bisschen weiter. Hepp, hepp, hepp. Der lässt auch nicht von dir ab. Das ist schlecht. Weil ich bin gleich im Arsch mit so weiter geht. Ich darf da extra zwischen den ganzen Bäumen her. Lässt du mich jetzt endlich mal in Ruhe? Jetzt verfolgt er mich, glaub ich. Der Scheiße. Der hängt, der hängt. Okay, ich helf dir. Ich helf dir. What? Oh, noch einer. Vorsicht. Einer ist tot. Der Erste ist down. Alles klar. So. Ab da hin. Durch Prime. Es ist kalt. Kannst du. Ich baue ein Lagerfeuer, sonst kippe ich um. Oh. Jo. Lagerfeuer ist gebaut. Setzt ich hin. Zack. Ich muss unbedingt anmachen. Scheißegal womit hier acht Holz. Mach eine Zeit von. Ähm. Ich baue noch ein Lagerfeuer. Das falle ich um. Ja, schon. Du hast kaum mehr Energie wahr. Ja, ich bin, äh, dafür helfen. Okay. Zack, zack. Use. Reicht's? Blöp. Reicht, reicht, reicht. Okay. Zack. Ich schmeiß an. Blöp. Ich tu Fleisch rein. Beide. Blöp. Blöp. Okay. So weit, so gut. Ich stopf. Jetzt tue ich. Oh, ich hab auch Hunger. Zack, 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 zack. Okay. Das ist ein Skorpion. Acht Skorpionen können wir, können wir benutzen. Ähm, ich muss die Viecher weghacken hier. Soll ich den Skorpion versuchen? Ich hab noch 15 Pfeile. Kannst du gerne machen. Lüfte reichen. Aber, jetzt ist weg, die Hitze. Äh, die Kälte. Wo ist er hin? Perfekt. Cool, brauchen wir ein paar Racer, der liegt einmal betäubt hier. Ja, einfach mitnehmen, was nix kostet. Äh, ne. Schau mal, ich blöde werden. Wird doch gnadenlos mitgenommen. So. Eigentlich müssen wir den hier rumlaufen lassen, den Skorpion, er macht alles betäubt. Ja, dann, äh, wie sie wünschen. Mir fehlen ein paar Steine und ein bisschen Wut. Okay. Steine, zack, zack, zack. Wo will der denn hin? Steine. Steine, Steine, Steine und Wut. Zack. Plopp, plopp. Hast du den schon betäubt? Ne, ne? Wen? Ich hau die ganzen Narcos rein. Der war nämlich ziemlich hoch gewesen, der Kerl hier. Narkotik lag noch drin. Ja, hab ich gemacht. Ja. Okay. Okay. So. So weit, so gut. Äh, drop, drop. Ich baue mir noch einen Wasserbeutel. Ach stimmt, ich hab einen. Ja, ich hab auch einen, aber einer ist mir zu wenig. Sicher ist sicher. Acht. Äh, der Pacher ist aufgestanden. Damit kannst du... Ähm. Und? Hab ich das Ding schon gebaut? Wollts gucken. Was kann ich mit dem? Äh, zum Lutschrall reiten. Der ist voll langsam. Echt? Ja. Dann lass es. Also zum Lutschrall müssen wir gleich auf jeden Fall. Dann lass weiter Pfeile hacken und so ein Zeug. Äh, am besten auf die Flusssteine und so. Glaube ich noch ein paar was, ja. Ach. Also egal. Lass ihn mitnehmen. Die bleiben eh nachher in den Bäume hängen oder so, aber äh. Weil es, wenn jemand kommt, dann äh, ist besser wie gar nix. Weißt du? Ja. Okay, ist fertig. Okay. Also eine Schmiede hab ich gebaut. Schon wieder voll heiß, ja. Da kommt kein Metall raus. Ja, ist normal. Fortitude. Darfst du nicht vergessen. Oh. Okay. Nicht schlimm. Fortitude 9 oder so. Ah, ich hab ein bisschen viel jetzt. Hab das nicht schlimm? Ich hab ein bisschen viel jetzt. Definier ein bisschen viel. 24. 24. Ja, das ist nicht schlecht. Reicht auf jeden Fall. Da kannst du jetzt schneien, das halte ich durch. Ja. Zack. Zack. Reparieren. Äh, ich hab ein bisschen wenig Betäubungspfeile. Nehme ich noch mit. Hier. Essen, 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 essen. Boah, der braucht voll viel. Ah, okay. Ich hab genug. Der Skorpion. Level 20 immerhin. So, zack. Weg damit. Okay. Bist du noch bei mir? Ne, ne. Wir werden da hinten rumrennen. Okay. Dann wirst du gleich zum Glück dran. In dem Fall. Dilo. Dilo. Dilo ist nicht schlimm. Na, Parasea regelt. Parasaurus meine ich. Oh, verdammt. Wir haben keinen. Nein. Haben wir beide Stegos weggehackt oder liegt nur einer da? Äh, einer müsst du noch. Ne. Warum, was fehlt? Nix mehr da. Prime Beat. Kein Prime Beat mehr da. Das ist übel. Wie viel hat er noch? Baut sonst sehr lange. Äh, noch 40% locker. Ne, ich meine wie viel Prime Beat ist noch drin? Gar keins? Nix. Null. Mega cold. Ähm. Ich guck mal kurz. Hier ist nichts. Hier sind nur Prontos. Lauf mal ein bisschen quer weht. Ah, Skorpion. Ach, diese Scheiß. Ja, dann müssen wir halt so mitnehmen. Äh, hast du den gefüttert, den Skorpion mit? Ja, hast du. Okay. Da kommen schon wieder die ganzen Ameisen. Dann müssen wir halt so erledigen. Wow, noch Skorpion. Bisschen doof. Schade. Kann ich den Skorpion auch noch mitnehmen? Ich weiß nicht. Kostet halt Zeit ohne Ende. Ähm. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ein. Sag leid. Wip. Okay. Peng, peng. Beile. Jetzt kann ich nicht abhauen. Das ist echt doof. Wieso sind die denn so schnell vergammelt? Na. Der steht zu uns. Wir schaffen das nicht. Der steht zu uns auf. Wenn wir kein Primee dran schaffen. Ich sammle Zeug um ihn zu betäuben. Siehst du nix? Findest du nix? Ne, hier ist nix. Nur ein Pronto. Dahinten. Ganz weit hinten. Warte mal. Noch 23 Pfeiles dürfte reichen. Kein Pronto, kein Pronto. Ne, ne, aber ein Stego. Also wieder zwei. Alleine gegen zwei ist. Drei. Warte mal. Strike's alleine. Ja. Ich lock mal das Strike an. Ach, fertig. Strike. Verdammt. Zack. Wir brauchen uns zu lange. Ich hau dir noch ein bisschen Zeug rein. Ja, ja. Der steht sonst gleich auf. Mach nagoberries. Scheiße. Ja, mach ich. Ich bin dabei. Okay, Strike ist tot. Speer hast du gesagt. Ja. Oh, eins. Ein, eins. Eins wärst du wie keins. Ich bin aber voll weit weg von dir. Weil ich bei dir bin. Ich reine. Dreh das nicht verdammt nochmal. Dieses Fenster, das kommt bei mir nicht. Ja, da kann man nix machen. Ja, da gibt dem normalen Fleisch. Da ist normales Fleisch drinnen. Aber hier sind fast keine Büsche mehr. Von wegen Narcos. Hat man ein bisschen was gesammelt. Ich komme. Und da ist kein weiterer. Wir brauchen nur einen T-Rex oder sowas. Noch nix gefunden. Aha. Ha, 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 ha. Mensch, im Blut strahl, wir Idioten. Stimmt. Der kommt aber jetzt runter. Der kommt jetzt erst runter. Und ich hole den anderen Skorpion. Der braucht nämlich... Spoil Meat. Hat den ein Skorpion hast du, ja? Ja. Schon gedacht, wo ist er hin? So. Ne. Sack. Was ist denn der Scheiß? Okay. Da hinten. Mammut ist hier noch. Hilft uns auch nicht viel weiter. Ne. Verdammt nochmal. Es gibt Skorpions fast fertig. Ich baste noch ein paar Pfeile. Na, ich hab auch gar keine. Ist so schlimm grad. Ich bin so... Und das sieht nicht gut aus, die Runde hier. Das haben wir die davor auch gesagt. Ja, okay, aber... Hat nicht immer so'n Glück. Wenn man so rumgehört bin. Ah, Wasser. Ich brauch Wasser. Skorpion ist fertig. So. Blub, blub, blub. Zack. Noch einen her damit. So, jetzt fertig. Er ist fertig. Okay. Der Spino? Und Spino ist fertig. Ich komm jetzt mit dem Spino. Ja, aber ich geh schon mal hin zum Schwab. Nehme ich mit. Zack. Nehme ich mit Pflanzenfraße, aber kein T-Rex. Glaubt, hätt ich auch keine Chance. Ja. Okay, folgen die Viecher. Ja. Folgen, zack. Hier sind richtig viele Stegos und alles. Vielleicht sollten wir doch ein paar Stegos zähmen oder so. Oh, ich komm noch nicht mal von dem Spino runter. Ja. Ertrop bis unten. Ich guck rein. Oh, lauter Prime und alles. Dasselbe wie gerade letzte Runde. Ja. Ja, hauptsache Suppen. Die Suppensuppen sind wichtig. Oh ja, jetzt kommt Schwarm, alter. Scheiße. Ja. Ja.